Wir haben jetzt ein Holzboden, buntiefe Fenster, Blick auf den Hinzu und die Hängematte. Einfach mal alle rein. Was ist bei uns inkludiert? Wir haben natürlich Internet inkludiert im Zimmer, kostenloses Internet. Wir haben eine Kooperation mit Mini-BMW, also Nachverfügbarkeit bekommt man ein Mini umsonst. Fahrräder sind bei uns inkludiert, die Hollander Fahrräder vor dem Hotel stehen. Wir haben eine Kooperation mit Canvasco-Taschen und Freitag-Taschen, die man mitnehmen kann, shoppen gehen kann und dann packt man sie wieder zurück. Und wir haben ein Hausmagazin, das wir mit Freunden und Freunden machen. Und wie ihr seht, wir machen wirklich viel mit Kooperationen, mit Lokalen. Wir haben jedes Hotel, dann auch die Politik. Klar, Freitag und Canvasco, die haben jedes Hotel, die Zusammenarbeit. Aber meine Freunde von Freunden, die ist die Berliner. Und wir haben kreative Köpfe. Wir haben ein Magazin, wir haben was auch in allen Häusern. Das ist aber personalisiert, es kommt viermal mehr raus. Ja, danke.